Barbara Schöneberger, Joko Winterscheidt und Co. überraschen Florian Silbereisen mit großer Show. Gestern Abend, 29. Februar, fand in Leipzig die Aufzeichnung der nächsten großen feste Show von Florian Silbereisen statt. Der Moderator dachte, dass er wie geplant das große Schlagerjubiläum präsentieren würde, doch es kam alles völlig anders. Silbereisen wurde zu seinem Jubiläum mit einer anderen Show überrascht. Alle Gäste waren eingeweiht, lediglich der Showmaster selbst wusste von nichts. Florian Silbereisen dachte eigentlich, dass er seinen Kollegen DJ Ötzi zu dessen Jubiläum mit einer Show überraschen wird. In Wahrheit war aber DJ Ötzi der Lockvogel, nicht er wurde überrascht, sondern Florian Silbereisen zu dessen 20-jährigem Moderationsjubiläum. Als Gastgeberin des Abends tauchte keine geringere als Barbara Schöneberger auf, die zusammen mit vielen Stars und Freunden dem Jubiläum gratulierte und einen unvergesslichen Abend bescherte. So etwas habe ich noch nie erlebt. Mehr Überraschung geht nicht, so Silbereisen nach der Sendung. Als Barbara plötzlich ohne jede Vorwarnung vor mir stand, war das für mich im ersten Moment wie ein Schock, ich wusste gar nicht mehr, was los war. Aber daraus wurde dann ganz schnell die emotionalste Show meines Lebens, für die ich mich nur ganz, ganz herzlich bedanken kann. Den Gratulanten befanden sich Howard Carpendale, Maite Kelly, Silbereisenstraumschiffbruder Joko Winterscheid, Anastasia, Andi Borg, Matthias Reim, Wenkemiere, Micky Krause, Ross Anthony, Ben Zucker, Semino Rossi, Marianne Rosenberg, Thomas Anders, Anna Amakova, die Ehrlich Brothers und viele mehr. Sogar Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, ließ es sich nicht nehmen, zu gratulieren. Ausgestrahlt wird die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen am 16. März ab 20.15 Uhr im 1. und in ORF 2. MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann kommentiert, mit der Überraschungsshow zum Jubiläum von Florian Silbereisen gehen wir wieder ganz neue Wege, so eine Show gab es noch nie, in der ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht wird. Mit dieser Show werden gleich mehrere Jubiläen auf einmal gefeiert. Das Format, das 1994 einst als die Feste der Volksmusik an den Start ging, wird 30 Jahre alt. In den ersten zehn Jahren fungierte noch Carmen Nebel als Moderatorin. Danach übernahm Florian Silbereisen das Zepter, der daher parallel sein eigenes 20-jähriges Jubiläum als Moderator der Feste-Shows feiert. Seine Premiere gab er am 7. Februar 2004 mit dem Winterfest im Chemnitz im Alter von gerade einmal 22 Jahren als jüngster Showmaster aller Zeiten. Schon damals äußerte sich Showlegende Rudi Karel begeistert von seinem jungen Kollegen, eigentlich hatte ich schon geglaubt, mein Beruf ist ausgestorben, aber der Florian macht wieder Mut. Von Anfang an erhielt Silbereisen aber auch Gegenwind und wurde vielerorts belächelt. Er hat sich trotzdem durchgesetzt und heute muss man anerkennen, dass er seit 20 Jahren einer der gefragtesten Entertainer und Bestverdiener des deutschen Fernsehens ist. Die Feste-Shows haben sich im Verlauf der Jahre stark gewandelt. Stand in früheren Zeiten noch die volkstümliche Musik im Vordergrund, wurde der Schwerpunkt nicht zuletzt dank der Popularität von Künstlerinnen wie Helene Fischer und Beatrice Egli deutlich auf den modernen Schlager gelegt. Im Zuge dessen wurden die Shows aufgepeppt und dadurch auch für ein jüngeres Publikum attraktiv. Aus den einst beschaulichen, kitschigen Volksmusikfesten sind inzwischen riesige Schlager-Party-Events geworden, die in den größten Hallen Deutschlands stattfinden. Alljährlicher Höhepunkt ist seit 2016 im Herbst der Schlagerbohr um vor mehr als 12.000 Fans in der Dortmunder Westfalenhalle. Nichtsdestotrotz zogen zuletzt dunkle Wolken am Schlagerhimmel auf, denn die Vertragsverlängerung zwischen Silbereisen und der ARD entpuppte sich im letzten Jahr als Hänge-Party. Schließlich wurde auf den letzten Drücker der Vertrag verlängert, jedoch nur bis Ende 2024. Was danach passiert, ist derzeit völlig offen. Angesichts der anhaltend starken Einschaltquoten der Feste mit Florian Silbereisen erschien eine Verlängerung der Zusammenarbeit von außen betrachtet wie eine Selbstverständlichkeit. Das Problem stellte vielmehr die Finanzierungsfrage dar. Medienberichten zufolge sollen die Silbereisen-Shows im ersten in den vergangenen vier Jahren insgesamt rund 35 Millionen Euro gekostet haben. Angesichts des ausgerufenen Sparkurses der Öffentlich-Rechtlichen sei eine Fortführung in diesem Ausmaß auf lange Sicht nicht mehr möglich, TV-Wunschliste berichtete.